Jetzt komm! Du kannst jetzt so weiter vorne stehen. Soll ich den Tag rauf und dann denkst du... Hallo! Brustliegestützvariante, das heißt weite Hände. Aber wir nehmen die Möglichkeit im Stehen an einer Tür. Jeder hat eine Wohnung in der Tür. Check! Warte, warte, warte! Filmkamera ab! Schlick! Ok, dann kannst du nach mir machen, das ist im Stehen. Okay, okay. Pack die Schlitte! Oh, ab und weg! Schick! Oh, okay! Ok, warte, 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 warte. Ich ruf dich an, dann so... Hallo? Hier ist das Atleti-Back Sportstudio. Ich spreche mit zu den Schultern. Beine? Ja, man! Nein! Ich hab vergessen, ob ich dir eben... Wenn ich das... Hallo, meine Lieben, hier ist wieder Bübs. Ja! Ich bin's, Leute, Tim. Ich bin ins Kopf 21. Ich bin Vanessa, was du träumst, wie andersrum. Ich muss mich nicht vorstellen. Das ist ein Vorfilm. Der Name ist immer zu geschrieben. Ich weiß nicht, was die Kübs ist. Ich weiß nicht, was die Kübs ist. Die neue Überkollektion. Die sind wir neu, verdammt. Hit! Was? Wir sitzen auf dem Wachstum. Was willst du sagen? Ich glaube, ja. Hallo, meine Lieben! Ich glaube, dass ich die normale Welt einfach heranlässe. Das wird alle gern. Das ist alles mit drauf. Ach, du nimmst das auch. Wir hätten natürlich auch die normale Welt, wenn wir Step hinstellen können. Wenn wir Steps setzen können, dann sehen wir nicht aus wie die anderen Taler. Okay. So, ich mach das weg. Okay, los geht's. Okay, schön, dass ihr da seid. Wir wären jetzt ein Bein und Po und... Ich hab gerade gebrochen. Hallo, meine Lieben. Ich kann nicht. Aua. Schnitt! Okay. Tag die fünfte. Und bitte. Was gibt's denn eigentlich? Guck mal. Frauen bringen mehr Likes. Hallo. Also Frauen bringen mehr Likes und mit mehr Likes. Okay. Hallo, Sportfreunde. Ich steck dir noch einmal die Seite. Versuch konzentriert zu bleiben. Und halte durch. Ich habe euch das Video gemacht. Ich hab nicht in mir gar nicht gewonnen. Kann ich planelein? Wie bitte? Wie bitte? Ja, obey mich. Wir haben keine Fee-Könchen. Ich hab keine Fee-Könchen Market seat. Sie haben einige Fee-Könchen. Das ist meine Fee-Könch. Wir müssen jetzt unser Intro aufnehmen. Die sechste ist Art von Liegestützenlied. Ganz genau, bis dahin machts gut, wir freuen euch auf euch. Tschüss. Wir freuen euch auf euch. Tschüss. Tschüss. Bitte. Einmal aufsteigen. Achso. Ich bin nicht. Wie soll ich jetzt das wissen? Ich bin nicht mehr. Ne? Ein fröhliches Good Kick in die Runde. Was brabbelt zu sein? Was ist das? Hallo meine Lieben. Freunde sind mit einem Zerbata-Hild-Workout. Ne, das kann man nicht so machen, wenn ich so wasche. Egal. Ne. Ich bin nicht mehr von vorne, dass ich das Ganze füge mir an. Okay. Ich bin nicht mehr mit einem Zerbata-Hild-Workout. Und bitte. Hallo meine Lieben. Wir sind heute mit einem Zerbata-Hild-Workout. Reiß ich zusammen. Okay. Und bitte. Unsere Liegestütz-Challenge. Auch für alle Einsteiger. Jetzt kam es hier ab. Wassergauzeig. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch der Challenge. Jetzt heißt es. Jeder gegen jeden. Jede gegen jede. Jede gegen jeden. Und jeden gegen jede. Hä? 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 Was brabbelst du eigentlich? Und was ihr selbst seht, ist die... Scheiße, vergiss es, löschen. Vielleicht machst du schon mit. Dene, 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 dene. Okay. Ich hechle und bin völlig fertig und sage, so. Und jetzt kommst du. Jetzt heißt es. Jeder gegen jeden und trotzdem einer für alle. So, ich hoffe, euch hat das Outtake-Video gefallen. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Es ist sehr lustig. Es kommen immer sehr viele interessante Dinge zustande, wenn man so ein Video drehen muss. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.